So, servus Leute, hier ist mal wieder Farben und es geht weiter mit Road to Commander Folge 4 oder Episode 4, ihr könnt euch aussuchen und wir spielen mal, ähm, Abschluss bestätigt, so, was nehmen wir denn mit, ja, kann eigentlich so bleiben, haben wir noch nicht viel. Welche Map nehmen wir denn hier? Rund, 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 Rund. Ach, sei still. Ach, so, alle, aber nicht schlecht. Also, manche haben echt Langeweile hier mit der Rekordkarte, unglaublich. Raid, okay. Voll die fette Karre da, volle Tür. Und da kommt wieder unsere altbewährte, oder nehmen wir PDW mal mit. Und wir sind wieder im FBI-Team, yay. Freigabe von oben, bewegen. Nee, was passt hier nicht. Na los, na los. Pall gerade aner. Wir gewinnen diesen Kampf. Auch lustig nach einem Kill sagt die Rettwür gewinnen in diesem Kampf, ey, war nicht schlecht. Jetzt soll ich ein bisschen leiser machen, so. Oh, Leute, wir haben den Abschuss bestätigt, bekommt man nochmal 100 Punkte. Und das geht mal richtig auf die Kills, ich blick drauf, ey, das geht ja mal so schnell. Zwei Kills und direkt eine Drohne, ey, fett. Ah, komm, machen wir die Hunter-Killer-Drohne. Wir haben verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Wie viele Punkte habe ich gerade bekommen? Nice. Oh, knapp. Wie viel Munition hat die eigentlich? 50 Schuss. Oh, 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 den habe ich auch noch bekommen. Da. Ja, da, Wickel. Alter, die Waffe ist ja mal echt fett. 50 Schuss, ey. Yeah. Bisschen laden hatte ich eigentlich nach, ey. Oh, wie viel schluckt der denn hier? Ach, da, ja. Aber die Map macht irgendwie voll Spaß. Und der Spielmodus, ey, ist echt fett. Ich hätte mal hier das Token ansammeln, ey. Ah, scheiße. Aber was ich cool finde, dass man Ghost, er ist auf Level 50, ne, 55, kommt, ganz am Ende. Letzte Sache, die man freischaltet, ey, das finde ich nice. Boah, wie man hier die Leute wegholen kann, ey, ist so Porno. Boah, fett. Ah, gut, jetzt hat er mir das Token weggeschnappt. Nein! Ah, einfahren, Luftschlag, ne, war das? Egal. Oh, fail. Oh, ja. Bis wie viel Punkten geht das eigentlich? Kein Plan. Also Leveln tut man hier auch recht schnell. Willkommen im Club, ey. Wahrscheinlich Level 10, ne? Ja, Level 10. Ich bin im Club. Ich muss mich aufpassen, ey. Hunter Killer. Irgendwie höre ich immer Panzer Killer Drohne, ey. Ich habe echt was an Ohren. Er ist erledigt. Blitzschlag in Bereitschaft. Loll. Panzer Killer Drohne eingesetzt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Unser Sensor erschafft jetzt. Verbündeter Blitzschlag steht vor. Ah, kam noch einer hinten rum, gerade. Nicht gesehen. Ja, aber das Spiel fetzt echt. Zwei Kills, direkt eine Drohne, ey. Ist so fett. Ah, fuck. Panzer Killer Drohne eingesetzt. Ja, da war noch einer. Abschuss bestätigt. Oh, lol. Wo sind denn die Gegner, lalalalala? Bin ich dann hier? Boah, echt Dauerfeuerabend frei, ey. Leer. Boah. Ich kriege eine Drohne, ey. Die Drohne erwartet Befehle. Hier unten. Die verbündete Drohne nähert sich. Die Abschuss bestätigt. Die Panther Killer Drohne bereit zum Einsatz. Lade nach. Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt. Brauche ich noch Dingsum schnell raus. Carbon Blitzschlag in Bereitschaft. Ich will ihre Position unscannt. Ah, Double Kill. Die Feinde haben die Drohne zerstört. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Todbringer läuft warm. Ja, Todbringer. Fett. Ja, läuft auch, ne. 35,9 geht klar. Auch wenn die Ritten auch eine Runde. Abschuss bestätigt. Oh, so sieht also der neue Todbringer aus. Nette Waffe. So, was haben wir denn freigeschaltet? Okay. Ja, Clan Markierung, ne. Ist natürlich echt nett. Oder kann man hier wieder so ein, äh, Sonderzeichen reinmachen? Geht das? Naja, geht nicht. Okay, Klassen-Editor. Äh, Aufsätze. Ja, wenn wir mal Lasermekierung mit. Zu viele, ach so, zu viele Gegenstände. Ähm. Jetzt muss ich mich beeilen. Und noch. Ich hab nicht mehr viel Zeit, ne. Ah, egal. Passt schon. Noch eine Runde. Abschuss bestätigt. Puh. Also mit dem Laser-Pointer ist auch ganz cool. Mission wurde bestätigt. Das geht los. Da haben die sich bestimmt von Battlefield abgeguckt. Loll. Ich wurde wahrscheinlich eher weggesniped. Verdammt. Ach, jetzt hab ich mir gerade eine andere ausgetan. Puh. Abschuss bestätigt. Hinter der Wand. Ja, hinter der Wand. Ja, egal. Ich muss echt mal irgendwie ein Privatmatch oder so testen, ob man den Laser-Pointer als Gegner sieht, weil das wäre dann echt... Äh, wenn man um die Ecke kommt und der Gegner sieht schon den Laser-Pointer. Das ist eigentlich uncool. Wir gewinnen diesen Kampf. Abschuss bestätigt. Lade nach. Drohne steht bereit. Drohne, nerf. Äh, ich hab doch zuerst geschossen, ey. Also manchmal hab ich das Gefühl, ich werde verarscht. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Wir sind in Front. Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Drohne nähert sich. Ah, Gott. Puh. War schon mal so ein kleines Fazit zu Black Ops 2, also... Wir haben echt geile Sachen hier eingefügt, die auf jeden Fall... Spaß machen. Also zumindest am Anfang. Wie das nach längerer Zeit aussieht... Abschuss bestätigt. Kein... Wo kommen die da her? Ach, der hat vom Fenster wahrscheinlich überhaupt reingejumpt, ne? Von hinten. Also eben hier Spawn-System ist ein bisschen... ...crazy. Nein, hier ist mein Lumber. Nein. Äh... So. Wir haben die Führung verloren. Also irgendwie hab ich grad auch so ein bisschen das Gefühl, hier, der spawnt überall und... ...überall spawnt überall. Drohne nähert sich. Granate, Bewegung! Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Amt. Feindliche Drohne nähert sich. Amt. Was haben die denn da? Verbündete Drohne nähert sich. Äh... So full. Auf die Weis. Feinde haben die Drohne zerstört. Gefahr eliminiert. Abschuss bestätigt. Feindliche Anderkellerdrohne unterwegs. Anderkellerdrohne, haben wir das richtig gehört? Auf die Weis. Ne, Hunter-Killer. Ach, Hunter-Killer. Abschuss bestätigt. Drohne erwartet befehlen. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Hunter-Killerdrohne... Ohhhh... Lammte Sniper, ey. Abschuss bestätigt. Hätt ich ne Hillstorm-Rekete. Hätt ich ne Hunter-Killerdrohne eingesetzt. Abschuss bestätigt. Leergeschossen! Feindliche Drohne nähert sich. Puh, ey. Und er hat reinlaufen. Ah, diesmal verlieren wir. Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Achtung! Achtung! Abgeschossen! Abgeschossen! Achtung! Ja! Achtung! Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Abschuss bestätigt. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Drohne steht bereit. Auf die Beine! LOL! Ey, wie lange muss ich denn auf den Penner schießen, ey? Hier lag der, ey. Die ganze Sniperigen geht schon wieder auf, ey. Aber der Spielmodus ist relativ schnell, das gefällt mir. Abschuss verwehrt! Oh! Aber mit dem Spawn ist manchmal echt für'n... Arsch! Abschuss bestätigt! Verbündete Drohne nähert sich! Schnellgesichter! Abschuss bestätigt! Ah! Aha, er guckt direkt an! Er ist hier! Abschuss bestätigt! Waffe leer! Schnellgesichter! 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 Auf die Beine! Abschuss bestätigt! Abschuss verwehrt! Schnellgesichter! Drohne nähert sich! Abschuss bestätigt! Drohne steht bereit. Ja! Double kill! Nice! War das Triple? Ne, Double! Was? Er hat mich da gar nicht richtig gesehen, ey! Pfff! Alter! Bisschen komisch! Ah, schalte! Ich glaub wir verlieren! Ey! Ich hab den doch drei, viermal in den Kopf getroffen, ne! Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Das ist ein Abschuss! Neher! Bewegt uns auf die Beine! Pui! Gefahr eliminiert! Abschuss bestätigt! Leergeschossen! Verbündete Drohne nähert sich! Ah, der doofe Camper da oben, ne! Mission gescheitert! Das muss nächstes Mal besser laufen! 30, 20, oh! Naja, langweiliger Schuss, ey! Ich hab die meisten Punkte im Spiel auch nicht schlecht! Ey! Oh! Level 12! Okay! Lass mal hier... Lass mal hier... Lass mal hier reinhauen! Lass mal hier reinhauen! Scheiß auf den Laser-Pointer! Oh, das rauspacken! Jo, das war's erstmal für diese Episode! Ich sag dann, bis zum nächsten Mal! Euer Fabian! Ciao!